Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge Rusty Lake Hotel zusammen mit Noel Wir bringen heute das letzte Abendmahl zu... Haben wir es jetzt überhaupt dabei? Warte mal Wir bringen heute das letzte Abendessen zu Mr. Olo So tot sagt nichts mehr... Wo ist denn das Abendessen? Ist es hier? Das hast du doch glaube ich schon genommen Ich hab's aber nicht im Moment haben, das macht mich sauer Ich möchte wirklich in das Zimmer von Mr. Olo gehen Moin Meister Wo warst du da? Aha Ach, da sind die ganzen Leichen von den Kollegen Letzter Abendmahl Harvey? Wir sind Harvey? Was ist Storyline? Der Lake wird verletzt Take a look at the black hue for you The memories are not only the key to the past Also to the future Have a look Können wir jetzt auch schon so oft Der Pass ist... Der war was was... Die End is never the end Is never the end Never the end, ja Wahrscheinlich Eins Zwei Zwei Hä? Drei Zwei Zwei Eins Ich lass mich wieder raus Oh Oh Da ist der Aufzug Was ein Abenteuer Ja Schon sind wir wieder im Hotel Was jetzt umfolgt Das hat wirklich noch in die letzte Folge gekommen Haha Wait, kam das jetzt nach Cave Oder war das jetzt ein zwischendrin... Das war zwischendrin Das war zwischendrin Also Timeline technisch war es zwischendrin Oh, okay So, aber Wir haben ja nicht alle diese Sterne bekommen Uns fehlen hier ein paar Achievements Bei dem Baum haben wir bloß einen bekommen Vor allem ist er Das ist so... Wir wurden doch abge... Was? Zuerst bloß wichtig zu wissen noch mal über eine Reihenfolge Ja Bro Shut up Oh, natürlich kann man es nicht überspringen Äh, es fehlen auch nur 3 Achievements Äh, 4 4 Okay, also wir müssen eigentlich nur zu Mrs. Pigeon Rabbit Und dir nochmal Ja, jetzt halt die Fresse Ich hole irgendwie... Äh, ich bin... Keine Ahnung Ich... Begrüß die Kollegen alle Was ist die Reihenfolge haben wir denn jetzt falsch gemacht? Der Fall, äh... Theoretisch den... Also wenn wir alle Sterne auch noch holen wollen Würden, ne? Müssten wir einfach den Fassaden vorm, ähm... Wildschwein töten, ne? Aber haben bei dem hervor... Ah ne, die hervorigen konnten wir... Stimmt Genau, die waren ja egal So, dann lass uns gehen Sprechen jetzt mit den Gästen, shut up Aber jetzt... Sprechen sie mit den Gästen... Was hab ich denn das jetzt wahnsinnig gemacht? Ja, die haben sie mit dem Fassaden glaub ich später, ne? So... Wo die mit allen mal gesprochen haben? Ne, wir haben nicht mit allen geredet Sprechen sie mit den Gästen, hä? 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 What the fuck? Das ist nice So, wir haben beim Fassaden glaub ich nichts mehr, wenn ich euch richtig erinnere, ne? Aber was hab ich vorhin gesagt? Äh... Hase... Pigeon... Und... Deer... Ja... Blablabla... Wir brauchen das eigentlich nicht mehr, weil... Was waren wir in dem... Also ich will ja nicht den ganzen Playtime nochmal machen, also eigentlich ist es mir egal Ich weiß mir die Achievements Ist das ein Achievement, wenn du alles auf... Nein Ja, dann... Dann vergiss es So, dann gehen wir jetzt zu Mrs. Pigeon als erstes Die war ein 2 Ja, rein da So... Und du meintest auch wir müssen, äh... Da den Kollegen da drinnen noch quälen Ja, genau Dafür würdest du das Ding bekommen dann, dass wir uns gefehlt haben Achja, genau, ähm... Muss 3 sein, muss 1 sein Also 4 Eck 3, 3 Eck 1 Kringel 6 Ähm... S4 4 Ne, warte mal... 4 Eck 3 Hä? Warte mal was? Hä? Hab ich mich... Kringel 6 3 Eck 1 und 4 Eck 3 3 Eck 1 und 4 Eck 3 Doch 8, ok Ist 8? Bin ich... Bin ich dumm? Ja, natürlich, ja 8 minus 6 ist 2, ja Bro, basic math Ah, ok Spuck sie aus! Spuck sie aus! Spuck sie aus! Ok, viel Spaß darin Ähm... Es gibt noch ein achievement bei ihr Can't catch me Da ist ein Käfer drauf Jetzt müssen wir nur irgendwo einen Käfer finden anscheinend Aber... Aber... Wait... Musst wir nicht... Äh... Das ist der, oder? Ja... Aber was ist da Can't catch me? Ich meine, ausgebrochen ist er uns schon mal, also... Ja, da bricht uns jetzt auch wieder auf... Okay... Okay... This can't catch me as I first try machen muss... Das wäre ja absolut arsch... Das wäre ja... Das wäre ja... Can't catch me... Cath me habe ich geschrieben... Ja... Okay... You get it by failing the bug quiz a certain number of times... Three times at least... Das hat mir ja vom letzten mal eigentlich schon... Hab ich mir gedacht? Ne, ich glaube wir haben nur zwei mal das letzte mal verkackt... Da glaube ich nicht... Tatsache, wir haben wirklich nur zwei mal verkackt... Weil jetzt habe ich es gekriegt... Okay... Okay, dann haben wir das... Aber dann... äh... Und dann musst du dann jedes mal wieder ganz raus... Und wieder ganz von vorne... Ich denke leider... Alright... Oh, halt die Fresse, Alter... Halt die... Fris... Halt die... Fris... Halt die... Fris... Hallo... Oh! Nein! Das hat nicht geholfen. Das hat es schlimmer gemacht. Shut up! Ich weiß nicht, ob es nicht schneller gewesen wäre, wenn ich selbst das Lampen fertig gespielt hätte. Warum müssen wir zum Mr. Rabbit? Rabbity! Rabbities Nuts! Schluck! 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 Okay, ich muss einfach nur einmal mehr klicken. Logisch. Schluck! 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 Ich habe hier noch einmal. Schluck! Schluck! hallo hase ok wo haben wir das messer hergekriegt dann das letzte ist albertswebe müsste dir wie kriegen wir albertswebe ja ja jetzt geht mal die scheiße ich dachte vielleicht kann man da schon nehmen aber nein natürlich auch crazy gewesen ich glaube ich könnte speedrun schau mal nach was der speedrun ist von the rusty lake hotel also so was ich von diesen einzelnen wie du schon gesehen hast hat er jeden raum mit mindestens vier minuten beendet das ist nicht schnell genug schau ich schneller der rusty lake hotel speedrun ok er macht automatisch ausfüllen ähm 13 51 15 14 14 11 51 oh nein wo kriegt das messer her das war es schon wieder ja das war so zwischen 11 und 14 minuten jetzt machst du fünf hahaha so wir brauchen ein messer genau haben wir das so gemacht hier wo haben die den schlüssel gebraucht ach da ja Oh nein. Nein. Wir sind bei uns zu dir, oder? Ja. Jetzt wieder das 35 Sekunden Video. Oh geil. Startpositionen waren 6 voll. Und... Hab's. Perfekt. Ja, ich hab's nur gemerkt wie's geht. Ich hab's nur gemerkt. Gemerkt hab ich's mir. So. 8 Deziliter Wasser. Die brauchen wir jetzt hier zum Destillieren. Stimmt, da hatten wir das Rätsel hier. Also mal... Plus war 1. Dann ist der Kringel 5. Strike 3. Ja. Und da haben wir's. Da haben wir alle Achievements. Einfach nur für die Ästhetik. Beautiful. Beautiful, ja. Schauen wir mal nach. Ja. 23 von 23 Achievements. Dann will ich sagen, war's das mit der Folge. Lass uns einen Like und einen Aufmerksamkeit. Schau bei Noel vorbei. Und... Tschüss. Tschüss. Das war angenehmischerues.